so spezialfahrzeuge leuchte das jetzt mal anmachen mit letzten platz eliminieren da weißt du wer der erste ist der rausfliegt ja du hast eben das angesprochen ja war das gut dann machen wir mal vier leute sind vier runden und das spiel wieder irgendwo eine wand reinsetzen damit ich letzter bin und hausfliege soviel kann man leider nicht mehr machen heute ja für die stunde ich denke mal wenn alles vielleicht noch dies und das nächste noch und dann war es das wie schnell geht das denn im spaß und wenn du drauf hast du bist halt relativ schnell durch wir haben ja ich meine dass das so schnell immer die zeit umgeht mit dem alles einstellen so ja Gibt's solche Dinger echt? Klar. Gibt es die. Mit Wasser gibt es die, glaube ich. Diese Wasserbohrads, weißt du? Schlauch ins Wasser und dann... Gib ihm. Gib ihm. Einfach von Käff über Ovid. Ja, warte ab. Wie gesagt, da kommt gar nicht irgendwo noch eine unsichtbare Wand oder so. Siehste? Au! Du bist oben drüber geleitet. Damit du nicht... Damit du nicht rüber durchkommst. Nö, du musst runtersteigen. Aber ich bin von der Gegend geflogen. Achso. Wollt ihr runtergehen? Er geht nicht runter, sondern steigt dann noch höher. Obwohl ich komplett runter war vom Gas. Ja, L2 ist sinken. Was ist frei sinken? L2 ist runter. Ja. Das ist für mich auch der dritte. Ja, wie viele Punkte sind das? Das ist ja. Keine Ahnung. Kuckuck. Mieses Wetter so. Mieses Wetter so. Oh. Alter. Wäre ich fast an dieser Figur da hängen geblieben. Wäre vielleicht wieder spannend geworden, das Rennen. Kuckuck. Der kommt immer von unten. Ja. Ach man... Ich krieg die Kurve nicht. Geil, das Land ist ja noch obendrauf, ich sag ja, irgendwas passiert nur damit, damit ich der Letzter werde. Fick dich doch, ey. Na ja, ach komm ey, ich, ja, das Thema ist eh durch, ihr seid weg da vorne. Vor allem vier Runden, das ist noch nicht mehr, wir sind noch nicht mehr in der zweiten. Na, wegen dem letzten Platz, Dings, irgendwie nur. Ja. Ja. Jetzt sind wir in der zweiten. Warum blinke ich immer rot, also meine Zahl, meine Zeit blinkt immer rot. Keine Ahnung, weiß ich nicht, weiß ich nicht, aber bei mir, was ist das jetzt die 3? Na ja, du blickst die ganze Zeit bei mir rot jetzt. Ja, weil da der letzte Platz ist jetzt aktuell. Jetzt war Babys raus quasi. Oder du stirbst jetzt in einer gewissen Zeit. Das hätte ich auch einstellen können, aber habe ich nicht. Ja, bei mir wird er gerade mal schneller mit dem Explodieren. Ja, ich krieg ruhig ja sowieso nicht mehr da vorne. Weil ich ja die Checkpoint sich treffen durfte. Ja. 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 sieben sekunden noch ich versuche ich habe sechs sekunden oder so gut gemacht ich denke es wird nicht reichen macht doch mal davon einen fehler das meine ich halt du darfst diese kurve nicht kriegen finde ich halt woanders hin egal komm ich heiß drauf scheiß auf falsche richtung ich bin hängen geblieben deswegen hat marcus jetzt wieder vorsprung ich bin raus ich fliege einfach durch die stadt gerade ein bisschen ich wollte mich schön nirgends um die kuppe rum was macht er erst mal oben drüber dann bin ich ja jetzt gleich der nächste ja dann explodiert auch meine fresse gehen wir nicht auf den minister wo marcus ist schon so gefühlt 300 kilometer weg das sind sieben sekunden hier zwei auseinander soweit war ich auch mal dran ah dann explodiert doch dankeschön gehen wir nicht auf die nüsse und da wollte sie ja nicht oh jetzt piept das auch noch wie spät ist es überhaupt bei mir sind sie kurz ja zwei ich denke da noch mal feierabend japan peter sind wir schneller ja Vielen Dank. Vielen Dank. Oh lol, ja gut. Bin gegen die Pepsi geflogen. Das, was mir vorhin passiert wäre, ja. Ich bin da links und wollte danach die Kurve links fliegen und das hat er mich nicht gelassen. Da durfte ich nicht durch, durfte ich schon nur oben drüber. Hier die Kurve. Ein bisschen Besichtigungstour. Boah, was für ein Piepton. Ekelhaft. Komm, in den Ring komme ich noch. Na gut, oder nicht? Ich brenne! 7.780, 12, 2050. Da fliegt ich doch. Ah, nee. Ja, nee, sowas ist halt ärgerlich immer. Ja, Tabellhaltspiel. Es sah aber so gut aus wie ich durch. Habe ich gesagt, wenn du noch mal verlierst. 25 Punkte. Ich und Käfer haben immer dieselben Punkte. Ne, ich war eben 7 vor. Habe ich gesagt, ich durfte da jetzt nicht weitermachen. Kann man nicht weiter. Kann man die Playlist in der nächsten Folge, äh, nächstes Mal weitermachen beim nächsten Aufnahmenteil oder müssen wir hier abbrechen und dann wieder komplett von neu anfangen? Ja, wir müssen wieder neu anfangen, aber ich kann ja nochmal eine andere erstellen. Das ist blöd. Ja, wenn wir jetzt eigentlich Zeit durch haben. Gerade jetzt beim Überlebenskampf. Der kann auch gut mal gerne eine Stunde dauern. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Entweder machen wir dann nochmal eine Playlist oder... Oder du änderst die Playlist, schmeißt die ersten 10 Dinger raus und dann hängst du wieder hinten dran, was Neues. Kann ich ja machen, wenn du willst. Oder du schmeißt einfach das davor raus, was wir schon geschafft haben und dann machen wir hier zu Ende. Ja, meinten. Dann sind das halt nicht 16 Dinger, äh, dann sind wir halt nur bei 5, 4, 5 Dinger. Wir gucken dann mal. Genau, dann machen wir nämlich hier und dann hängen wir da nämlich beim nächsten Mal weiter. Weil jetzt ist leider schon unsere Zeit um. Aha, mein persönliches Fahrzeug wurde zu erschwert. Ach ja, stimmt. Da meint er hier mal ausrasten zu müssen. Was? Ja, genau du. Nein. Du hast vorhin einfach mal kurz unsere Fahrzeuge einfach hochgejagt. Hm, kannst du nicht beweisen. Ich hab's doch mit dir. Ach so, ich hab's doch, ich steht drinne. Nee, ich steh doch drinne. Ich steh drinne tatsächlich und ich... Ach, schade, keiner mehr da sonst von euch. So, dann muss ich noch Morse Mutual an, die sollen wir mal mein Auto. Hä? Keine Meter? Ach so, bin alleine auf einer Map. Naja. Glück gehabt, kriegst du keine Gerade-Water mehr ab. Morse Mutual, we're here to head. Genau, 6500. Kein Apis-Ritual. Nö, ich kann dir keine Granate ins Gesicht werfen, schade. Naja, alles gut. Ins Gesicht, Alter, ganz ehrlich. Mal auf Feierabend. Sag ich mal, tschüss auf dem Ministry. Jo. Samstag? Und so. Vielen Dank.